Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Projekt, nämlich Minecraft Hardcore, aber in der Version 1.0. Und ja, dann fangen wir mal an. Das ist jetzt hier auf diesem Kanal, wo ich das hochleide, mein erstes Video, wo ich etwas rede. Wie gesagt, es wird nicht ewig so bleiben. Jetzt schalte ich den Sound ein bisschen runter, dann höre ich mich auch ein bisschen besser. Aber es wird immer nicht so, dass wir nicht immer so bleiben. Wie gesagt, lieber langsam anfangen als zu schnell oder so. Wie gesagt, einfach erstmal den ersten Baum abbauen. Gebrochen mit Minecraft. Das kennen wir alle. Seit diesem Sound weiß ich jetzt nicht, ob ich bleiben will. Ich weiß nicht, dass es hier ein bisschen heißer ist. Musik ist doch zu laut. Aber aktuell ist ja keine Musik. Wie gesagt, ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Ich hoffe, so sind meine Videos ein bisschen spannender. Wie sehen wir meine Teile hinten. Berg, sonst ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier schon nach Kohle suchen soll oder später nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich hier schon nach Kohle suchen soll oder später nicht. Ja, der Sound ist halt alles seltsam. Wie gesagt, die 1.5.5. Aber jetzt schaue ich mal, wo ich komme. Ich habe es dann schon mal. Ich habe es von diesem Durchgang vom Minecraft-Hausbau-Funkverdruck. Wie gesagt, das erste Video. Ich weiß nicht, ob ich so was weiß. Ich weiß nicht, ob ich so was bin. 2 3 4 5 5 5 6 6 7 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 16 16 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 Das ist ein ganzes Mal. Kann ich hier jetzt auch... ...dann ich jetzt auch... ...dann ich das mal zu... ...zu... ...kauf... ...ja... ...und jetzt ist es hier... ...geend... ...und jetzt... ...und jetzt ist es einfach... ...und jetzt... ...und... ...und... Oh Gott! Ich... ...hörte... ...soh ich auch nicht... ...soh ich will nicht alles zeigen... ...soh, soh... ...hat... ...hat... ...soh, soh... ...soh... ...was ist... ...dann ich... ...kass... ...denn ist nicht... ...2... ...näh... ...soh, soh, soh, soh! ...klappst! ...ож ist... ...hahaha... ...fix... ...kau... ...nach... Jetzt werde ich noch die Basics machen, wie ihr das kennt, das ist ein bisschen langsamer, aber wie gesagt, wie würde ich so machen, wenn wir das Öl anfangen? Ja, es ist halt der Anfang. Wir werden eine Beispiel machen. Hier wird man so ein bisschen stehen. Das heißt, ja, wie gesagt, ich werde nicht alles zeigen. Und so, wie ich alle auf jeden Fall noch spielen kann. Aber, ja, wie gesagt, ich hoffe, das Projekt höre ich. Wie gesagt, ich werde es weiterentwickeln. Ich werde es weiterentwickeln. Ich werde es weiterentwickeln. Ich werde es aber nicht sagen, ja, kommt, liked das Video, abonniert mich. Und ich weiß, dass das viele machen, bekommen kurze Nachricht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wie gesagt, ich werde es nicht so sein. Oh, abonniert mich. Like das Video, kommentiert das Video. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht. Und ihr wisst ja, wie das auf YouTube so ist. Also, wird es mir nicht wirklich viel freuen, wenn ich das jetzt so machen oder so. Und, ja, dann werde ich hier auch den ersten Part wenden. Ups, den ersten Part wenden. Mehr wird später kommen. Und, ja, dann, ja, wie ich mich verabschieden soll, weiß ich noch nicht, dass wir noch alles kommen. Aber, ja, ich mache einfach den hier, solange dieser hier noch mit dem Schwert geht. Sonst hätte ich ihn müssen. Und, ja, dann, tschau, tschau und bye. Ups, also, ja, tschau, tschau und bye.